»Dr. Isles«, meldete sie sich. »Ich habe ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für dich«, sagte Detective Jane Rizzoli in einem forsch-fröhlichen Ton, der sogar nicht zu der Nachricht passte, die sie loswerden wollte. Weiblich, weiß, 26 Jahre, liegt tot im Bett, vollständig bekleidet. »Wo?« »Wir sind im Leather District. Es ist ein Loft in der Judica Street. Ich bin ja so gespannt, was du dazu sagen wirst.« »Du sagst, sie liegt im Bett? In ihrem eigenen?« »Genau. Ihr Vater hat sie gefunden.« »Und es handelt sich eindeutig um ein Tötungsdelikt?« »Kein Zweifel. Aber es ist das, was danach mit ihr passiert ist, was unseren guten Frost hier total fertig macht.« Jane hielt inne und fügte leise hinzu. »Wenigstens hoffe ich, dass sie tot war, als es passierte.« »Wie schnell kannst du hier sein?« »Ich bin gerade in Framingham. Es könnte eine Weile dauern. Kommt auf den Verkehr an.« »Famingham? Was tust du denn da?« Es war ein Thema, über das Maura lieber nicht sprechen wollte. Ganz bestimmt nicht mit Jane. »Ich fahre jetzt los«, sagte sie nur und legte auf. Ihr Blick fiel auf ihre todkranke Mutter. »Ich bin hier fertig«, dachte sie. »Jetzt muss ich dich nie wiedersehen.« Amaltheas Lippen verzogen sich zu einem Lächeln. Es war schon dunkel, als Maura in Boston ankam. Ein schneidender Wind hatte die meisten Fußgänger in den Häusern Zuflucht nehmen lassen. Die schmale Judica Street war bereits mit Einsatzfahrzeugen zugestellt, also parkte sie um die Ecke und blieb noch eine Weile sitzen, um den Blick über die menschenleere Straße schweifen zu lassen. Die letzten Tage hatten zuerst Schnee gebracht, dann Tauwetter und schließlich diese bittere Kälte. Der Gehweg war mit einer tückisch glänzenden Eisschicht überzogen. »Zeit, an die Arbeit zu gehen und Amaltheia hinter mir zu lassen«, dachte sie. Genau diesen Rat hatte Jane ihr schon vor Monaten gegeben. »Besuch Amaltheia nicht! Denk nicht mal an sie! Soll sie doch im Gefängnis verrotten!« »Jetzt ist es aus und überstanden«, dachte Maura. »Ich hab mich verabschiedet, und jetzt kann sie mir endlich nicht mehr in mein Leben hineinpfuschen.« Sie stieg aus ihrem Lexus. Sogleich erfasste der Wind den Saum ihres langen, schwarzen Mantels, und die Kälte drang glatt durch den Stoff ihrer Wollhose. Sie ging so schnell, wie sie es auf dem vereisten Gehweg eben wagte, vorbei an einem Café und einem Reisebüro mit heruntergelassenen Rollläden und bog um die Ecke in die Judica Street, die sich wie eine enge Schlucht zwischen den Lagerhäusern aus rotem Backstein hindurchzog. Entschlange »Geräusper Rar